Hello und herzlich willkommen zurück zu unserer Nachmittagstiehause. Ich bin eure Kat. Ich bin eure Anna. Was für eine komische Stimme du jetzt ausgepackt hast. Hallo. Ja, wir haben einfach Hate bekommen gestern. Ja, Leute, also wir fangen direkt an. Wir fangen direkt an, weil es ist, das ist jetzt mein Strudel der Woche. Ihr seid mein Strudel der Woche. Wir haben gestern, also am Montag gepostet, nee, es war gestern, ja. Gestern haben wir gepostet, ja, also das heute keine Post. Du hast gepostet. Ja, ich habe gepostet in meiner Story, es kommt keine neue Folge online, weil wir es auch einfach nicht geschafft haben. Leute, ihr müsst mal bedenken, also ich will hier jetzt keine Ausreden suchen, ja. Ich weiß, wir hatten jetzt dreimal den Fall, seitdem es unseren Podcast gibt, dass wir einmal komplett gar nicht hochgeladen haben, auch einmal zu spät waren und heute, also diese Woche auch wieder zu spät dran waren. Liegt aber daran, dass wir parallel gerade Uncutmess machen. Uncutmess ist auf unserem Vlogging Channel, wo wir jeden Tag einen neuen Vlog hochladen. Das heißt, jeden Tag filmen wir, gleichzeitig produzieren wir noch Content für unseren Instagram-Account, also Storys und Beiträge. Plus, bei uns wurde ein Kind nach dem anderen krank und wir waren auf Reisen, also mussten auf ein Event nach Berlin und so weiter. Und das ist halt schon schwierig manchmal, alles unter einem Hut zu bekommen. Plus, du musst dich ja auch um die Kinder, also wir können ja jetzt nicht einfach hier einen Podcast aufnehmen, ganz entspannt, sondern vorher passiert da noch ganz, ganz viel im Background. Wir müssen danach schauen, dass unsere Kinder betreut sind, dass es leise ist, dass nicht so viele Leute hier rumlaufen. Und ich glaube, es wäre auch einfacher, wenn wir hier nicht mitfilmen und dann könnten wir das theoretisch schon überall machen, wenn wir einfach nur einen Ton aufnehmen. Aber das ist halt, sag ich mal, den Anspruch, den wir uns selber gestellt haben, sag ich mal. Dafür haben wir jetzt extra dieses Studio gebaut. Ich denke, wenn wir auf Reisen sind und gerade nicht im Studio reden können, wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir nur mit Ton aufnehmen. Genau. Aber in dieser ganzen Auflistung, die du gerade gemacht hast, hast du einen ganz richtigen Punkt vergessen. Und zwar, man will sich dann aber auch irgendwann ausruhen. Also wenn wir dann irgendwann alles gemacht haben, was wir machen mussten, mit den ganzen Weihnachtsfeiern und alles, was noch dazwischen passiert, möchte man auch irgendwann mal runterkommen und einfach nichts tun und nicht noch einen Podcast aufnehmen. Aber ich glaube, viele denken sich, also Kat hat gesagt, ihr habt welche geschrieben, ihr seid einfach nur zu faul. Also ich denke mir so, Alter, komm und mal in unser Leben. Lebe mal mein Leben. Ich meine, klar, wir haben eigentlich, wir chillen, ja, wir chillen auch mal, natürlich. Ja, aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Warum sollte man sich die ganze Zeit tothasseln? Warum sollte man denn jede Sekunde nutzen, um irgendwas zu arbeiten oder irgendwas hochzuladen? Und sorry, also wir können nicht so funktionieren, wenn wir nicht auch mal entspannen können. Das auch, das ist auch wichtig, aber wir machen uns auch selber nicht zu wichtig. Also weißt du, wir denken uns halt, juckt dir eh keinen, wenn wir nicht hochladen. Das auch. Nee, aber anscheinend juckt es die Leute, weil wir ja voll Hate bekommen haben. Aber nee, aber wir machen uns selber auch nicht zu wichtig. Also wir arbeiten schon, sage ich mal, parallel. Ich meine, das ist halt ein bisschen schwierig zu differenzieren. Denn das, was wir ja machen, macht uns ja Spaß, aber gleichzeitig ist es ja auch unsere Arbeit. Aber es sieht nach Spaß aus. Aber wenn ihr alleine, wenn ihr eine Story von uns seht, ist es eine Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und vor allem das Ding ist, zum Beispiel jetzt beim Podcast, ich finde, die Leute tun so, als würden die was zahlen müssen oder als würden die bezahlen, um nur uns zu hören. Leute, wir machen das hier gerade komplett kostenlos für euch. Also halt so. Halt die Presse draus. Wir sitzen ja hier, vor allem, das ist gerade so ein bisschen dumm eigentlich, was ich gerade gesagt habe, weil wir sitzen hier und labern euch einfach nur voll. So, hört doch jemand anderes. Nee, also. Wenn ihr, weißt du, wenn wir gerade mal nichts hochladen, es gibt noch 50 andere Podcasts, die ihr hören könnt, hört mal nicht so rum. Aber eigentlich ist es voll das Kompliment für uns. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Weil die Leute vermissen uns ja anscheinend und finden es ja anscheinend wichtig, uns zu hören. Genau. They care about us. Ja. Und unter anderem habe ich auch eine Nachricht bekommen, was könnt ihr eigentlich, ist halt der einzige Podcast, der es nicht auf die Reihe bekommt, jede Woche einen Podcast hochzuladen. Ich denke mir, ich war so sprachlos. Also ist wirklich so, normalerweise, wenn ich mich aufrege, dann reg ich mich auf. Aber da war ich einfach nur sprachlos. Ich war sauer. Ich konnte nichts, ich konnte nichts sagen. Das war so, mir fehlen die Worte. Naja, du kannst schon was sagen. Also sorry. Allein schon die Aussage, was könnt ihr eigentlich, ist schon so. Also ja, ich kann dir hunderttausend Sachen aufzählen, wenn wir die ganze Scheiße hier alleine machen. Weißt du, so andere Podcasts, jetzt auf zum Beispiel jetzt Kaulitz-Hilz oder keine Ahnung, wen ihr da hört, die haben ein komplettes, das kann man sich gar nicht vorstellen, ein komplettes Podcast-Team. Da arbeiten die Leute im Background, die machen die ganze Videopromo, den Tonschnitt, die machen die Redaktion für den. Die stellen das Studio zur Verfügung. Die stellen das Studio zur Verfügung. Wir müssen unser Studio selber bauen. Die bereiten ja alles für Bill und Tom vor, damit sie quasi eine Podcast-Folge drehen können. Weil, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, oder ich glaube, das steht sogar bei denen beim Podcast, dass, also letztes Jahr zumindest, oder ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall haben sie mal so in einem Podcast gesagt, also sich bei den Leuten bedankt, die alle mitwirken bei dem Podcast. Und ich war schockiert. Das war eine lange Liste von Leuten. Und ich war so, what the fuck? Also wenn wir die Leute, also weißt du, wenn wir jetzt bei uns sowas machen, dann wäre es so, danke Kat, danke Anna. Danke, dass ihr für die Nachmittagsjause mitwirkt. Ja, also, ja, gut. Also das Ding ist, wir haben über die Jahre gelernt, sich nicht mehr so sehr über solche Kommentare aufzuregen, weil am Ende des Tages, ihr seht ja quasi eigentlich nicht den Background. Also viele können gar nicht so weit denken und auch in unserem Umkreis denken viele Leute gar nicht so weit, weil alles, was wir machen, sieht ja anscheinend so leicht aus. Ja, man sieht nur das Ergebnis. Man sieht nur den Spaß dahinter. Zum Beispiel, wenn wir eine Story aufnehmen, oft machen wir ja auch so Videos, wo wir uns so filmen und dann machen wir ja einen Zusammenschnitt und laden das dann hoch. Das ist ja auch, also das ja quasi Video produzieren, dann schneiden wir das Video, dann laden wir es hoch. Das ist ja alles voll zeitintensiv. Das dauert schon mal fünf Minuten. Da muss man uns fünf Minuten hinsetzen und das mal machen. Nee, aber so generell, Leute, eigentlich müsst ihr das mal ausprobieren. Das ist jetzt eine Challenge an euch. Lebt mal einen Tag von Influencerleben. Erstellt mal Fotos oder Reels, macht den ganzen Tag Storys, vloggt nebenher und nimmt noch einen Podcast auf. Das wäre eine Challenge. Also ich glaube, bei den meisten scheitert es schon daran, vor der Kamera zu stehen und überhaupt was zu sagen. Ich glaube, das ist das, was die meisten, weil ich denke von oft, wenn Leute zu uns sagen, ey, ihr chillt doch in euer Leben oder, keine Ahnung, als Influencer hat man es voll gut, man macht dies und das. Ich denke mir so, ja, mach es doch. Mach doch auch, wenn du, wenn du das, also... Das denke ich mir auch verlassen. Also viele, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, als Influencer verdient man ja so viel und keine Ahnung. Das stimmt. Also als Influencer verdient man echt gut. Aber wenn du auch so viel verdienen willst oder wenn du auch irgendwie einen Account aufbauen willst, dann mach es an. Dann ruf jetzt an. Nein. Wir coachen dich, was? Just do it. You know? Du musst nichts studiert haben. Keine Ausbildung. Du brauchst dafür einfach nur ein scheiß Handy. Mach. Ganz ehrlich. Du brauchst nicht mal ein MacBook machen. Alles kann man über Handy machen. Und fang jetzt an. Starte jetzt deine YouTube-Karriere oder deine Influencer-Karriere. Germany is next Influencer. Auf jeden Fall finde ich, weißt du, die ganzen Leute, die sich da so beschweren, sage ich jetzt mal über diesen Beruf. Halt die Fresse. Nein. Hallo. Halt die Maul jetzt mal. Ja, aber das würde ich am liebsten solchen Leuten schreiben, die mir so Kommentare, ich will am liebsten einfach sagen, halt die Fresse. Du scheiß nicht. Nein. Ich bin aber nicht so. Ich kann mich nicht aufregen. Ich wollte gerade sagen, beim Zoll war es so nicht so. Auf jeden Fall finde ich, also ich nehme das gar nicht mehr so ernst, weil ich mir denke, ey, ja, jeder belächelt diesen Beruf, aber wenn man es mal selber ausprobieren muss, dann, dann ist es auf einmal ganz schwierig, ne, vor der Kamera zu reden oder sich einfach zu überlegen, was man sagt. Ich finde, das ist ja schon die nächste Hürde. Klar, wenn man vor der Kamera stehen kann, okay, aber dann sich zu überlegen, was erzählt man den Leuten überhaupt? Weil voll viele, denen ist es schon unangenehm, oh, das könnte meine Mutter sehen, das könnten meine Freunde sehen, das könnten meine Arbeitskollegen sehen. Was denken die dann von mir? So denken die meisten, weißt du? Ja. Die denken sich darüber nach, okay, also die ... Und die sind dann die, die sich am meisten über uns aufregen. Ja. Das ist halt so, ich verstehe, also ganz ehrlich, wenn es euch Spaß macht und ihr denkt, ey, ich würde es auch voll gerne machen und so, dann macht es einfach. Macht euch keine Gedanken darüber, was andere denken. Machen wir auch nicht. Ja. Das sieht man auch an unseren Storys, weil wir sehen aus wie Scheiße. Manchmal denke ich mir schon so, als ich die letzten Vlogs geschaut habe, dachte ich so, cut. Also dein Gesicht hättest du mal waschen können. Aber bei mir ist es wirklich so, aufstehen und direkt die Kamera. Ja, ist es so. Ey, man sieht es voll. Wir denken uns einfach, also wirklich, wir machen uns darüber wirklich gar keine Gedanken und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Geheimrezept. Nicht Geheimrezept. Schlüssel zum Erfolg. Die Leute wollen die Scheiße sehen. Deswegen ist es auch Trash-TV so gut. Ja, aber wir sind Trash. Die Leute wollen uns sehen, damit sie sich selber besser fühlen. Genau. Die denken sich so, oh, ups. Die haben die runtergefallen. Die denken sich so, die sieht ja richtig scheiße aus. Ja, voll gut. Ich sehe besser aus als dir. Jetzt fühle ich mich gut. Also wenn ihr euch besser fühlen wollt, schaut einfach unsere Vlogs. Genau. Und apropos, also so Influencer haben einen schlechten Ruf. Ich meine, das haben wir ja schon auch oft genug in unserem Podcast besprochen. Aber wir hatten letztens wieder eine Story und zwar, als wir von Berlin mit dem Zug nach Hause gefahren sind. Oh mein Gott, das war ja richtig cringe. Ja. Da haben wir uns in dieses Bordrestaurant gesetzt, weil erstens, also wie voll ist dieser Zug eigentlich immer? Von Berlin nach ... Egal welcher Zug. Ja, ist immer voll. Die haben auch wieder gestreikt und keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall voll, voll. Also wir saßen in so einem Vierer drin und ich konnte meine Beine nicht ausstrecken. Ey, meine Knie taten irgendwann so weh nach sechs Stunden Fahrt. Aber egal. Wir haben uns auf jeden Fall in dieses Bordrestaurant gesetzt, weil ich muss echt sagen, also die Deutsche machen halt echt leckeres Essen. Ey, ich muss echt sagen, das ist ... Und die haben meistens alles. Die haben Oatly, Leute. Man kann dort einfach ... Hafer nicht. Wenn ich Latte Macchiato bestelle mit Hafermilch und zwar Oatly. Eine gute Hafermilch. Eine gute Hafermilch. Und auch so generell, was die alles anbieten. Die haben so eine große Karte und die haben fast alles immer da. Alles. Pommes, Currywurst, Nudeln mit Tomatensauce. Also ich finde es schon krass, was ich am liebsten tatsächlich bestelle, weil das ist auch so ein bisschen, wo ich sage, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Weil oft denke ich mir auch schon ein bisschen zu teuer, aber ich bestelle mir immer an diese zwei Flammkuchen. Weil das sind so zwei, weiß ich gar nicht, also keine Ahnung, so handgroße Flammkuchen, sage ich jetzt mal. Und die kosten nur sechs Euro, ganz ehrlich. Aber ich finde Flammkuchen sättigen einen nicht. Die sind ja auch bei dem Preis erhöht. Vorher war es vier Euro siebzig, jetzt kostet irgendwas mit sechs Euro. Aber Flammkuchen sättigen einen nicht. Die sind so weginhaliert. Ja, aber... So unsatisfying. Aber man hat das Gefühl, man kriegt was für sein Geld. Das reicht mir schon. Auf jeden Fall haben wir uns in dieses Bordrestaurant gesetzt und es waren gar keine Plätze frei, war natürlich auch voll. Nur an einem Tisch war was frei, also beziehungsweise da saß eine Person und dann haben wir ihn gefragt, ob wir uns zu ihm setzen können. Und der kennt das so, wenn Leute so den Anschein machen, so, sprecht mich an. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht, Kat. Als wir uns in diesen Vierer, beziehungsweise als wir uns zu dieser Person hingesetzt haben, habe ich schon Kat angemerkt, sie guckt die ganze Zeit so rüber zu ihm. Ja, weil wir saßen uns gegenüber. Und ich dachte mir so, bitte spreche ich jetzt ein, bitte fange jetzt kein Gespräch an. Ja, und neigt immer dazu, Gespräche anzufangen. Und dann kommen wir voll oft in so komischen Themen rein. Ja, auf jeden Fall. Das war aber ein ganz angenehmes Gespräch. Ja, das war diesmal eine Ausnahme. Das war eigentlich ein angenehmes Gespräch, weil er auch nicht so, was ich halt immer problematisch finde, wenn du eine fremde Person ansprichst, weil in unserem Fall ist es ja so gewesen, wir sind noch lange in diesem Zug. Ja. Das heißt, finde mal ein Ende. Also zum Beispiel, wenn jetzt Katja jemanden anspricht, dann macht man ja so ein bisschen Smalltalk meistens und dann bespricht man so ein paar Themen und dann irgendwann hat man gar nichts mehr zu reden. Und dann ist man still. Und dann ist es unangenehm. Ja, beziehungsweise, du kannst das Gespräch eigentlich gut beenden. Ja, ich sag dann immer so, ähm, ja, wir müssen jetzt auch gehen. Tschüss. Nee, vor allem, das ist so mitten im Gespräch. So, geh mal. Ich war so, okay. Sorry, ich unterhalte mich hier noch. Spaß. Also, ich muss sagen, ich bin immer die, die es beendet, weil ich mir denke, also jetzt reicht's. Du denkst, du hast halt die Fresse gehabt. Aber auf jeden Fall war das eigentlich ganz interessant, weil ähm, der Gegenüber von uns, der hört das jetzt bestimmt. Ja, weil wir haben ihm natürlich, egal, erzähl du erst mal. Liebe Grüße an, äh, gehen raus. Aber auf jeden Fall, ähm, haben wir halt da unser Essen, äh, bestellt und haben da gegessen. Und, äh, der Gegenüber von uns hat Arbeiten korrigiert. Also eigentlich war es so obvious, dass er Lehrer ist. Aber ich wollte ein Gespräch anfangen und hab ihn gefragt, sind Sie Lehrer? Vor allem, das war so direkt, ohne Hallo, ohne bla bla bla. Was machen Sie da? Weiß ich, sind Sie Lehrer? Ja, und dann hat er gesagt, ja, er ist Lehrer in einer Privatschule, bla bla bla. Und dann hab ich halt da gesagt, ja, das erinnert mich an meine Schulzeiten. Du Privatschüler. Hauptschule. Nee, aber, ähm, auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und, ähm, ich fand, dieser Mann sah aus wie ein typischer Lehrer. Ja. Der sah aus wie unser Vater in Jung. Mhm. Also diese runde Brille, Bart, ähm, unser Vater war auch so ein bisschen so hippiemäßig drauf. Er war auch so, er hatte so lackierte Nägel, ein Ohrring und Ohrstecker. aber so, man konnte ihn eigentlich in so eine, sag ich mal, Schublade ordnen. Also einfach ein typischer Lehrer. Oder? Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist kein typischer Lehrer. Ein Ohrring, lackierte Fingernägel. Nee, also es gab immer einen Lehrer in, also egal auf welcher Schule ich war, es gab immer, es gab immer so einen Lehrer. Das ist so ein Lehrer, der so nicht zu sehr Lehrer sein will, der so ein bisschen so cool sein will, aber er ist trotzdem ein Lehrer. Ja, was ich interessant finde, der ist Lehrer in der Schweiz und zwar für Privatschüler, die zahlen im Monat tausend Euro oder so. Warte, die vergrüßt, nur um zur Schule zu gehen. Tausend Euro für die Schule? Ich dachte mir so, what the fuck? Da musst du wirklich jeden Tag zur Schule gehen, damit es sich wirklich lohnt. Ich dachte mir in dem Moment, die Eltern sind rich. Ja. Und er ist auch noch, sein Fach, das fand ich eigentlich spannender, war Philosophie. weil wir, also Kat hat nämlich gefragt, ja was, was hier, was korrigieren sie? Ja, das Fach ist Philosophie. Das ist halt nicht einfach, also wenn es jetzt Mathe gewesen wäre, wäre es einfach zu korrigieren, da gibt es nur ein richtig oder falsch. Aber hier muss ich erst mal analysieren und erst mal schauen, was hat sich der Schüler dabei gedacht. Das heißt also, eigentlich kann da niemand eine Sechs bekommen. Wollte gerade sagen, ich finde, außer du schreibst gar nichts hin. Ja. Ich finde, Philosophie ist so ein Fach, das kannst du doch gar nicht benoten. Voll schwierig. Nein, ich glaube. Ganz ehrlich, da kann doch jeder schreiben, irgendwas schreiben und irgendwas rechtfertigen, warum er so gedacht hat. Und solange er es gut recht gefertigt hat, ist es glaube ich richtig. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar, so Anhaltspunkte wie so. Es gibt bestimmt so, wie nennt man das? So Thesen, die eh schon so Philosophen so aufgestellt haben, wisst ihr? Wie nennt man das nochmal? Wir hatten doch mal in Deutsch auch so, wo wir Erörterungen schreiben mussten und da gab es dann so bestimmte Wörter, mit denen du immer so erklären musst. Wie heißen die nochmal? Meine Scheiße. Weißt du, weißt du, Perbel und so. Wie nennt man diese Wörter? Also generell alles so. Wenn du zum Beispiel beschreibst, es ist eine Übertreibung, dann ist es ein Stilmittel. Stilmittel, genau. Genau, bei der Philosophie gibt es bestimmt auch bestimmte Stilmittel, die sie verwenden müssen. Also so, keine Ahnung, um eine Situation zu analysieren, müssen die aber bestimmte Stilmittel nutzen, um etwas zu erklären. Ich glaube, das ist tatsächlich nur in Deutsch. Ich glaube, Philosophie ist der Freier. Er hat doch gesagt, was er korrigiert. Ja, er hat, ja. Was für ein Thema war das? Weil du hast gefragt, welches Thema? Ja, Mittelalter. Er konnte es nicht so richtig beschreiben, weil er sich ja dann selber gedacht hat, so, weil er hat ja gesagt, ja, da muss man so ein Thema drin sein, so, das ist schwierig jetzt zu beschreiben, aber irgendwas im Mittelalter. Okay. Irgendwas im Mittelalter. Okay, egal, vergessen wir es einfach. Ja, egal. Also so sehr müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Nachher schreibt so welche, so, ja, das war mein Lehrer. Ja, er hatte, ich finde es schon interessant, weil er hatte auch nur zwölf Schüler, also eine ganz kleine Klasse. Also er hat gesagt, bei dem, bei dem Fach, Gott sei Dank, hat er nur zwölf Schüler. Ja, genau, weil sonst hätte er halt viel mehr korrigieren müssen. Ja, aber ich fand es halt interessant, weil, wisst ihr, die, die mich schon länger kennen, ich wollte ja nach meinem Abi eigentlich auch Lehramt studieren. Ja. Zum Glück bist du es nicht geworden. Die haben Schüler. Die haben Schüler. Nee, ich wäre so eine Vertrauenslehrerin geworden. Ich wäre so die Coole. Du hättest erst mal alles im Podcast erzählt. Nee, ja, das Ding ist, ich kann jetzt nicht mehr Lehrerin werden, weil, sobald ich dann in die Klasse komme, das bist du von YouTube. Ja, dann denken wir so, ja toll, kann mich ja niemanden ernst nehmen. Ja, muss noch ein paar Jährchen warten. Ich glaube, Elianas Generation kennt dich nicht mehr. Ja gut, da bin ich dann in Rente. Hä? So alt bist du jetzt auch nicht? Da will ich schon im Alter sein. Spaß. Nee, aber, deswegen fand ich es halt immer voll interessant. Und unser Vater war ja auch Lehrer, Mathe- und Physiklehrer, kann man nicht glauben, aber ja, hat er ja gar nicht an uns weitergegeben. Ich höre alles, was in unserem Vater war, kam nicht bei uns an. Also, unser Vater ist so, wirkt so, als wäre er so krass gebildeter, so Mathe-Physik-Lehrer, hat dann Klavier, also, Chamberlows gebaut und kann jedes Instrument spielen, hört Jazz und wir so, die Ghetto-Schwestern, die Scheruchen. Nee, ich finde, das ist bei uns gar nicht angekommen. Nee. Ich muss auch sagen, dafür verurteile ich so ein bisschen unsere Eltern, wir haben sich gar nicht so richtig drum gekümmert oder denen war das gar nicht so wichtig, dass wir ein Instrument lernen oder so. Also, unser Vater ist so voll der Bücherwurm. Untypisch für asiatische Mom. Ja. Aber wir sind so richtig, wir mussten, also in der Kindheit, es gab nichts, was wir so lernen mussten oder unseren Eltern war das nicht wichtig, dass wir zum Beispiel auch ... Doch, eins war wichtig, eins war für uns, also für uns ... Ja, die Schule. Nee, ja genau, also für, nee, also für unseren Vater, ähm, keine Ahnung, bei unserem Vater, der hat sich eigentlich nicht so, dem war es eigentlich egal, was wir machen, aber eins war unserer Mutter sehr, sehr wichtig, dass wir entertainen können. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Schöne Philippiner Mutter. Wir mussten singen und tanzen können. Genau, es musste rauskommen. So, wenn ihr auf jeder Feier, Kat tanzt, Anna singt. Ja, das war so ... Egal, wie schlecht das ist. Genau. Ähm, und bei unserem Dad, äh, dem war das so egal, also wir hatten, klar, wir haben auch selber nicht so ein großes Interesse gezeigt an Instrumenten, aber jetzt im Nachhinein finde ich es voll gut, wenn man die Kinder dazu zwingt, Spaß. Ne, aber wenn man die Kinder einfach so ein bisschen mehr fördert in diesem Bereich, weil zum Beispiel auch bei Eliana, ähm, sie hat auch, sie zeigt auch gar kein Interesse, was, was angeht, aber eigentlich würde ich es voll gerne angehen, einfach mal, dass sie es mal probiert. Ja, so Klavier spielen. Ist ja voll geil, wenn ihr dann so Klavier spielen könnt. Ja. So, dann haben wir wenigstens dann einen Pianist, äh, an Weihnachten. Genau. Dann muss man das, äh, Klavier benutzt, was bei uns im Wohnzimmer steht. Ja. Ja. aber auf jeden Fall, genau, unser, äh, deswegen finde ich es einfach generell interessant. Ich finde es einfach generell auch interessant, mich mit Leuten zu unterhalten, vor allem so fremde Leute, was sie machen, finde ich interessant. Auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann, ähm, hat er dann irgendwann gefragt, also er hat eigentlich so gefühlt seine ganze Lebensgeschichte eigentlich erzählt. Also, wir wissen jetzt, dass er mal eine Fernbeziehung hatte. Eine Fernbeziehung? Eine Fernbeziehung. Sowas, aber egal. Ähm, auf jeden Fall hat er uns irgendwann... Er hat ein Kind. Ja, er hat ein Kind. Egal, wir wissen jetzt auf jeden Fall einiges, so. Und, ähm, er hat uns dann gefragt, äh, was wir machen. Er wusste es eigentlich schon, weil wir saßen da in diesem Vierer und ich fange an die Kamera auszupacken und vlogge. Ja, der hat sich aber schon ein bisschen gewundert. Der war erst mal so, okay. Ja, weil ich hab halt... Hast du die Arbeiten verdeckt? Ich hab, nee, ich hab's natürlich gezeigt. Nee, ich hab's einfach, ich hab halt einfach gevloggt, weil wir haben ja, wir vloggen ja. Und dann hab ich schon so diesen Side-Eye gespürt. Ja, so, was macht die? Und dann, als ich aufgehört habe zu vloggen, hab ich schon die ganze Zeit gemerkt, dass er so, ihn hat, also, ihn hat's auch interessiert, was wir machen. Ja, und dann hat er... Aber er wusste eigentlich schon die Antwort. Ja, und dann hat er halt gefragt, was wir machen. Dann hab ich gesagt, wir sind Influencer. Und dann musste der dann schmunzeln und hat gesagt, ah, endlich lerne ich, also, ich kenne persönlich noch keine Influencer, aber ich lerne mal, welche kennen. Und das hat sich so angehört, als wären wir so Aliens. Ja, er hat gesagt, er hat noch nie Influencer kennengelernt. Ja, es hat sich so angehört, als wären wir für uns so eine andere Spezies, als wären wir so Aliens und so. Jetzt hat er auch mal welche kennengelernt. Aber, ja, und dann hat er auch so gefragt, was wir halt gemacht haben, was wir in Berlin gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, da kam dann irgendwann ein Plottwist. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt auch ein Plottwist ist, aber wir haben ihn ja, das hab ich ja schon am Anfang gesagt, wir haben ihn schon irgendwo in eine Schublade so eingeordnet. Also, er ist halt Lehrer, er sieht aus wie unser Vater, hat eine Brille. Und irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, wir haben gesagt, wir waren mit Amazon in Berlin, waren bei Tokio Hotel. Und da haben wir ihm dann erzählt, dass wir, ich war früher mal ein voller große Tokio Hotel Fan und jetzt, über zehn Jahre später, hab ich die endlich mal live gesehen. Und er dachte die ganze Zeit, Tokio Hotel, das sagt mir was. und hat dann den ganzen Tag gesagt, ah, ist das K-Pop? Wir so, nee. Also eigentlich ist es eine Magdeburger Schulband, die dann damals groß geworden wird. Ich wollte gerade sagen, ich finde Tokio Hotel, ich muss sagen, ich dachte, das ist sowas, das kennt jeder, sowas wie Helena Fischer mäßig. Ja, aber anscheinend nicht. Aber, also, so alt war der Lehrer nämlich nicht. Also so, ich würde sagen, also, genauso wie unsere Cousine, 40. Ja, wir haben ihn gefragt, wer alter ist. 40. Ja, genau, 40. Wir wissen alles. Ja, auf jeden Fall kannte er Tokio Hotel nicht, aber durch den Namen hat er gedacht, es wäre K-Pop, hat mich aber gewundert, dass er K-Pop kennt, aber ja, wahrscheinlich von seinen Schülern. Und dann natürlich, was macht Kat? Fragt natürlich automatisch, was für Musik hören sie denn? Und dann sagt er so, Jazz? Und ich so, ja, okay, Schublade gesteckt. Passt in die Schublade rein. Und dann sagt er auf einmal so, ähm. Ich war jetzt letztens auf einem Beyoncé-Konzert. Nee, ähm, hier, hat er gesagt, Rosalia. Ah. Ich dachte mir so, was, Rosalia? Das kommt jetzt richtig so unerwartet, Plot-Trist, so Jazz. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er zu Rosalia so Updance und seine Hüfte schickt. Ja. Und, ähm, er hat irgendwie erzählt, dass er halt mal irgendwie in Argentinien war und in Spanien und deswegen so diese spanische, äh, Volksmusik oder halt diese spanische Musik. Und ich, ich musste mir natürlich so Reggaeton vorstellen, wie er dann so tanzt, so Reggaeton. Aber, das war doch so ein bisschen der Plot-Twist. Das war jetzt kein krasser Plot-Twist. Ach so, ich dachte, Beyoncé. Nee, bei Beyoncé war es so, da hast du ja gar nicht richtig zugehört. Nee, ich war immer im Film. Ja, ähm, nee, bei Beyoncé war es so, dass er irgendwie gesagt hat, dass, äh, ein Kumpel von ihm letztens auf dem Beyoncé-Konzert war. Ich dachte, er war mit ihm. Nee. Oh. Nee, der hat nichts mit Beyoncé zu tun. Ach schade, ich dachte, dass er da Plot-Twist. Egal. Auf jeden Fall waren wir, äh, beim Beyoncé, ähm, Film. Wir waren beim Beyoncé-Film letzte Woche. Und das war ein Erlebnis, sag ich euch. Ja, genau. Und zwar, seit dem, seit dem ersten Zwölf ist der Beyoncé-Film draußen. So ein Doku-Film, wo sie quasi so Behind-the-Scenes, ähm, eigentlich mitgenommen hat über ihre ganze Tour. Genau, sie hatte ja dieses Jahr eine große, äh, World-Tour gemacht. Renaissance. Ähm, und es war so geil. Wir waren ja in Frankfurt beim Konzert. Es war krank. Geil. Es war richtig krank, geil. Ähm, und wir fühlen uns auch vergehrt, weil wir sind einer der einzigen deutschen Städten, wo auch Blue Ivy aufgetreten ist. Mhm. Mhm. Ja. Sie hat uns gesehen. Wir waren einen Meter vor ihr. Ähm, und, äh, genau, und da ging es quasi in diesem Film darum, ähm, Behind-the-Scenes, was für ein Riesenaufwand, so ein Konzert. Was da alles dahinter steckt. Und auch voll interessant, also sie war ja bei allem dabei, auch so Lichttechnik, ähm, und ganz wichtig, ihre ganzen Ventilatoren, wo sie überall platziert. Und, ähm, generell, also so bei allem, allem, allem war sie wirklich dabei. Und das fand ich auch voll krass, aber was richtig emotional war, ist ein kleiner Spoiler-Alert. Aber, ähm, als es dann darum ging, dass Blue Ivy halt auch auf dieser Tour mitmachen möchte, war Beyoncé erst mal so, äh, du bist elf Jahre alt, du hast nichts auf einer Bühne zu suchen. Und sie war so, Mama, bitte, ich will aber. Und sie so, na gut, ein Auftritt darfst du machen. Aber nur? Wenn du fleißig übst. Ja, natürlich, weil wenn sie scheiße gewesen wäre, wäre ja auch scheiße. Ich auch nicht auf die Bühne geschickt, ganz ehrlich. Ja, aber auf jeden Fall durfte sie dann, ähm, also bei der allerersten Show, ist dann Paris, ne? war die allererste. Schweden, Stockholm. Ah, genau. War die allererste Show und danach wurde sie im Internet auseinandergenommen. Also sie hat ja schon viel Hate bekommen, Blue Ivy, ganz am Anfang, weil viele geschrieben haben, ja, keine Ahnung, dass sie halt nicht gut tanzt oder wie auch immer. Blue Ivy hat das dann alles mitbekommen und, ähm, war dann halt mega traurig darüber. Aber einerseits hat sie das halt motiviert, weiterzumachen und noch mehr zu trainieren und immer besser zu werden, um den Hatern zu zeigen. Voll geil, ja. Ich kann's besser. Ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, das war eine Elfjährige. Also wisst ihr, was ich mit Elfjährigen gemacht habe? Ich habe noch mit Barbie und Puppen gespielt. Ne, haben wir nicht. Und was hast du gemacht? Ich habe YouTube-Videos gedreht, hallo? Mit elf? Ja, war das schon mit elf? Ich habe mein erstes YouTube-Video geredet. Ne, ich habe mich im Wald versteckt. Wir haben damals, wir haben im Wald mit elf, ich kann dir meine ältesten YouTube-Videos zeigen. Da sind wir gerade von frisch auf den Philippinen, von den Philippinen hergekommen. Da haben wir uns im Wald versteckt und haben versucht, zu scheiß Baumhäuser im Wald zu bauen, die nie gehalten haben. Weißt du noch? Ja, natürlich. Und haben gedacht, wir sind so Blair Witch Project. Ja, ja, okay. Aber ich habe trotzdem YouTube-Videos gesehen. Das war mein Nebenjob. Nein, da warst du älter. Doch, da habe ich Sing-Videos. Ich schwöre dir, ich war elf. Warst du elf? Nein, du warst älter. Nein, ich war elf. Warte, wie alt? Wann, wann wurdest du elf? 2000? Wie alt bist du jetzt? 2007, oder? War ich elf. Wie alt bist du jetzt? Seit, äh, Ja. Mathe. Ich kann nicht rechnen. Ich kann nicht rechnen. Unser Lehrer war mal Mathe-Lehrer. Also, jetzt ist 2023. 207. Ja. Digga, da hatten wir unseren ersten PC-Cut. Ja, aber 2007, da wurde YouTube erst gegründet. Und du wolltest sagen. Nein, 2005 wurde YouTube gegründet. Echt? Einer der ersten, die abgeloadet hat. Alter. Nee, aber 2007, da kam schon diese, diese Alyssa Bernal und so. Naja. Egal, scheiß drauf. Also, ich war im Wald. Während Anna ihre YouTube-Sing-Videos gemacht hat, war ich anscheinend alleine im Wald und hab da alleine meine Häuser gebaut. Nee, das hab ich auch noch mitgemacht. Was hast du alles gemacht? Was stelle ich dir am Hossen? Mit elf war schon das harte Leben. Ja, ich hab mich dafür fürs harte Leben vorbereitet. Ich hab Häuser im Wald gebaut. mit Stücken, die nie gehalten haben. Wo waren wir jetzt Sticky? Und du singst. Blue Ivy. Genau, also, sie war elf Leute, mit elf von so vielen Leuten. Ich find's so krass. Und die hat ja dann die ganze Tour mitgetanzt. Meine Frage im Kopf war natürlich auch, geht sie nicht zur Schule? Nee, der Lehrer kommt mit. Ah, okay. Beyonce ist die Lehrerin. Was ich mir aber auch gedacht hab, also ganz ehrlich, Blue Ivy muss doch, also braucht doch keine Schule. Nee. Die muss nur, weil ich denke, wir müssen auch bei diesen reichen Kindern, singen, tanzen. Ja, genau, bei diesen Rich Rich Kids, sag ich jetzt mal, ähm, jetzt von den ganzen Celebrities und so, die sind ja so ausgesorgt für 50.000 Jahre, ganz ehrlich, die Elvis Presley-Nachkommen leben auch noch von Elvis Presleys Musik. Also, die müssen ja eigentlich nie, also gar nicht arbeiten. Nee. Ja, die brauchen, die lernen wahrscheinlich auch noch das Wichtigste, was sie brauchen im Leben. Genau so, okay, lesen, schreiben, vielleicht noch ein bisschen rechnen, okay, braucht man, das sind so die Basics. Rechnen, glaube ich, machen die nicht mal mehr, die haben Taschenrechnung. Ja, aber alles danach, also alles, was man in der Schule, nach der Grundschule eigentlich lernt, brauchst du doch gar nicht mehr. Ich glaube, die lernen sogar viel bessere Sachen eigentlich, als wie, also ganz ehrlich, so Satz des Pythagoras. Pythagoras. Genau, habe ich nie gebraucht. Also, wir haben so viel unnötiges Zeug gelernt eigentlich, so eine Verschwendung. Und die lernen wahrscheinlich schon, in der fünften Klasse ein Unternehmen zu führen. Bis, ist das was, was man braucht. Ich glaube nicht, du stellst die Leute ja an, die das dann führen. Du bist nur der, also gerade bei den Celebrities, die führen das ja nicht. Also, weil ich meine, ich glaube schon, dass die da so, schon krasse, so Marketing, Schulungen oder, keine Ahnung, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, bei den Celebrities. Ich denke immer voll auf, die sind einfach nur das Bild, oder dieses, was man von außen sieht, aber das Ganze, was im Background gemanagt wird, ist ein Manager. Das wird für sie gemacht, ja. Keine Ahnung, alles, was halt dazu gehört, in diesem Unternehmen, das wird alles für sie gemacht. Sie ist halt diejenige, das Aushängeschild, oder die, das halt das alles noch am Laufen bleibt. Ja, das kann auch sein. Ja, Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall, wenn ich sagen wollte, die, ich, die brauchen doch keine Schule mehr. Also normalerweise, wenn man zur Schule geht, denkt, also hat man ja diesen Gedanken, weil man damit beruflich irgendwas machen will, oder wenn man damit irgendwas lernen will und Geld verdienen möchte, um, um zu leben, ja, oder um sich Sachen leisten zu können. Die haben diesen Ansporn ja gar nicht. Nee. Das denke ich mir auch voll oft, da hatten wir vor kurzem auch ein Gespräch mit, also im Freundeskreis, und zwar zum Beispiel wir, wir versuchen ja, also weil wir von der Familie aus nicht viel Geld haben und auch nicht irgendwie krass erben werden oder so, tun wir unsere Rente absichern, indem wir unser Geld anlegen oder Kapitalanlagen kaufen, etc., ne. Die Leute, die ja schon, die wissen, die schon, keine Ahnung, die viel erben werden, sodass die halt auf jeden Fall für die Rente was haben, die brauchen das gar nicht. Ich habe mir gedacht, krass, die müssen das Geld gar nicht investieren eigentlich, weil du machst das ja eigentlich nur, um in der Rente dich abzusichern, damit du später, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, von irgendwas leben kannst. Und dachte ich so, das hat mir irgendwie gerade, das hat mir so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge irgendwie gelegt, weil ich mir dachte, ich dachte immer, es ist immer schlau, Geld zu investieren. Für mich war das immer so, ja, jeder sollte das machen. Ja, aber ich glaube, der Ursprung davon ist ja auch, dass jemand mal gut und schlau sein Geld investiert hat, damit die Nachfahren davon leben können. Weißt du? Du gerade so krr, krr, krr. Ja, schon klar. Ja, schon klar. Aber, ja, aber irgendwie schon krass irgendwie. Also, ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, krass, weißt du, die Leute, die halt einfach für die Rente ausgesorgt haben, ja, die können ihr Geld einfach rausgeben. Ja, chillig. Geil. Ja. Und Leute, die halt gar nichts vererbt bekommen, müssen halt anlegen. Hasseln. Amma Hasselah. Amma Hasselah. Okay. Na, 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 die war in der Femur Version Amma Hasselah. Zum Beyoncé-Film, da sind wir noch gar nicht, nein, da sind wir noch gar nicht, stimmt, da sind wir noch gar nicht angekommen. Wir haben den Beyoncé-Film gesehen. Leute, das war ein Erlebnis. Also, für die Leute, die, ähm, bei TikTok schon so ein paar Sachen gesehen haben, die Leute machen eine Party. Die stehen auf, die singen mit, die, die machen noch richtig, die schreien und, ah, oh mein Gott, die klatschen, keine Ahnung was, voll die krasse, voll der krasse Vibe auf jeden Fall. War ein ganz anderes Kinoerlebnis, als man so sonst, also normalerweise gehst du einfach ins Kino und dann guckst du es an und dann gehst du wieder raus. Bist so still wie möglich, verkaufst, so leise wie möglich dein Popcorn. Aber man überlegt sich, ob man auf Toilette gehen soll, weil, ach, dann steht man vielleicht vor jemandem in seinem Bild. Aber dort war es alles egal. Die Leute haben auch gefilmt, wo ich mir auch gedacht habe, so, wir sind im Kino. Ich finde es voll krass. Darf ich nicht filmen? Ich finde es auch krass. Die Leute haben krass gefilmt. Wir kamen noch aus der Generation, wo man, ich weiß noch, es gab auch, es kam sogar im Fernsehen, so, ähm, Tricks, wie man beim Kinofilm mitfilmen kann. Da hat man dann so eine Popcorn-Schachtel genommen, da hat man so ein Loch ausgeschnitten, da kam dann diese fette Videokamera rein und dann kommt Popcorn drauf. Genau. Aus dieser Generation kommen wir noch. Diese Videos gab es dann irgendwo bei Kinox. Ja. Ja, auf jeden Fall, dort war es alles egal. Die Leute haben gefilmt, die sind aufgestanden und wir saßen genau in der Mitte und rechts von uns waren, ähm, drei Mädels, die haben es richtig gefühlt. Die sind schon, also wirklich, es kam erst so der Vorspann und die waren schon so, yeah, geil. Aber die haben sich auch besoffen, aber die haben eine richtige Party gemacht und die haben bei allen Liedern mitgesungen, was ich auch am Anfang gefeiert habe und beim ersten, so, Dance-Lied sind die aufgestanden. Also die haben sich irgendwann, die haben auch eine Weile gebraucht, aber irgendwann haben die gedacht, scheiß drauf, wir stehen jetzt auf und wir so geil. Ich habe ja auch noch den zugejubelt. Ist so, yeah, wuhu. Und dann standen die da einfach und haben gar nicht die Choreo performt. Ich dachte, die performen jetzt die Choreo. Ich dachte, die sind jetzt so krasse Beyonce-Fans, die können alle Background-Tänzer tänze, aber die standen dann einfach und so hin und her gewippt und haben einfach nur mitgetanzt. Okay. Und dann haben die das einfach durchgehend den ganzen Film gemacht. Also wäre ich hinter denen gesessen, ich hätte, glaube ich, das Kotzen bekommen. Also es würde mich, ich muss sagen, mich jetzt tatsächlich am Anfang, habe ich es vorher gefeiert, aber irgendwann hat es mich genervt, weil ich dachte, ey, ich will auch was vom Film jetzt gerade mitbekommen. Ich will jedes Wort hören, was Beyonce sagt. Ich will jede Situation mitkriegen. Ich will nicht später sagen müssen, ey, was hat die jetzt nochmal gesagt? Also deswegen, es hat mich ein bisschen genervt tatsächlich, auch das ganze Filmen. Ich war so, könnt ihr jetzt bitte aufhören mit diesen ganzen TikToks? Ich will einfach nur nicht so einen Film gucken. Und dann, jetzt kommt's, Leute, dann irgendwann, das war so kurz vorm Ende, wo ist die aufgestanden, also sind die drei aufgestanden, die guckt sich um und guckt uns an und sagt, steht doch auf, ihr Missgeburten. Und wir so, hat sie das gerade zu uns gesagt? Und wir wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Ja, das ist so typisch. Wir sind so extra sitzen geblieben. Also ich dachte mir so, also nach sowas stehe ich erst recht nicht auf. Vor allem, ich finde, das ist so typisch wir auch. Also wenn wir irgendwo beleidigt werden in der Fähigkeit, dann sind wir so ganz still. Also wir ignorieren es meistens. Und die Liste im Background wird geschrieben. Die sind auf unserer Blacklist. Spaß. Spaß, nee, also wir haben halt, ich kann mich, ich bin nicht so schlagfertig. Nee, ich auch nicht. Ich bin gar nicht schlagfertig. Ich habe nämlich auch Angst oder ich will dieser Konfrontation, weil denen hätte ich es zugetraut, vor einer Schlägerei. Weil Leute, schon in meinem Kopf so, die werden jetzt gleich... Ich stelle dir vor, du hättest was gesagt, stell dir vor, du hättest gesagt, was willst du, du Putze. Und dann? Und dann geht's so, was hast du gesagt? Also die waren so richtig... die hätte schon ihre Ohrringe ausgezogen und wäre dann so auf dich gesprungen. Ey, aber es geht noch weiter, das war ja nicht nur alles. Also das war so der Anfang. Auf einmal nimmt die ihr Handy raus, macht so einen TikTok oder eine Story, whatever, filmt sich selber, filmt sich, also dreht sich dann quasi mit dem Rücken zu uns und sagt nur so boring und filmt weiter und ich dachte nur... Wir waren einfach im Hintergrund, die hat uns einfach boring genannt. Oh mein Gott. Wir sind boring. Okay, halt meine Ohrringe fest. Spaß. Nee, ich war so schockiert. Ich stand, ich saß so im Sitz. Ja, also du warst echt so ganz still und also wir alle. Also ich musste auch lachen, ich konnte auch einmal, ich musste die ganze Zeit lachen. Genau, ist da irgendwie witzig dann im Nachhinein. Die haben uns einfach beleidigt. Also Ist es so krass? Im Nachhinein dachte ich mir auch so, also ganz ehrlich, Alter, guckt euch mal an, ey. Ey, ich bin schockiert manchmal von Menschen einfach, wie respektlos die sind. Sorry, das würde ich niemals zu jemandem sagen, wenn nur weil er nicht mit vibed. Nee, also sorry. Und vor allem, also, ja genau und ey, die waren die einzigen, die standen. Also der Rest hat mitgevibed auf dem Sitz. Das ist ja auch voll okay. Wie wir auch. Wir haben ja auch mitgedanced oder mitgesungen. Oder geklatscht oder so. Oder geklatscht, aber die waren die einzigen, die standen. Also die standen einfach in der Mitte und ich glaube eigentlich. Nee, es standen noch welche, aber die haben sie am Rand. Am Gang und am Rand. Da dachte ich mir so, ja, richtig so. Wenn du tanzen willst, dann geh aus der Sichtweite von den Leuten, die wollen diesen Film gucken. Ja, das war ein bisschen nervig. Also das hat mich schon ein bisschen, ja, das war, also irgendwo, irgendwo war eine funny experience. Ja, wir haben was da zählen wieder. Aber Leute, hab ein bisschen Respekt vor den Leuten, die auch im Kino sind, ja. Aber Leute, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wirklich empfehlenswert. Also ich fand's richtig gut. Ich wüsste jetzt nicht, also Yannick hat gesagt, wir könnten da auch mit Leo und Judy rein und danach werden die dann, werden die dann auch Beyoncé-Fans, aber ich glaube nicht. Nee. Weil Beyoncé ist zu sehr Feministin. Und Judy und Leo verachten sowas? Nein, aber die ist halt so, ich meine, die fühlen sich nicht angesprochen. Die machen, die machen dann so Aussagen, wie sie stolz, dass auf ihrer Tour auch bei den Bühnenaufbau, dass da irgendwie 50 Prozent Frauen mitgearbeitet haben und bla bla. Ja. Und dann sind die so, okay. Sie highlightet halt so besondere Sachen. Ich glaube, also Leo hört ja auch manchmal so Beyoncé-Lieder, also eher so die Oldschool-Beyoncé-Lieder, also so, nee, eigentlich nur so Destiny's Child-Zeiten. aber ich glaube, weil, ich glaube, bei ihm ist es auch hauptsächlich so, dadurch, dass wir sie so krass hypen und ich glaube, weil die auch generell so einen Hype hat, hypt er sie nicht mehr. Also er mag eher so Undergrounds, Underdogs. Ja. Also Judy ist eine ganz andere Richtung, der mag Country. Der geht nach Dings, nach Houston oder nach, nee, da kommt Beyoncé her, nee. Doch nicht, wieder zurück. Nee, der muss so, wo hört man denn so krass? Alabama. Ja, sowas. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hast du noch einen Strudel der Woche? Nee, das war mein Strudel der Woche. Tatsächlich war aber, ich hatte eigentlich entspannte Tage, also an sich war ich voll gechillt drauf, ich habe mich nicht aufgeregt. Also ich habe einen kleinen Strudel der Woche, unsere, ich bin zu witzig, unsere Podcasts bestehen eigentlich nur Strudel der Woche, alle anderen Rubriken so voll vergessen. Auf jeden Fall, ich habe noch einen kleinen Strudel der Woche und das hat wieder mal so gezeigt, ähm, was für ein Assi-Mensch ich manchmal bin. Auf jeden Fall habe ich, wir haben letzte Woche unsere, nee, nee, wir haben diese Woche, nee, war das letzte Woche? Nee, wir haben letzte Woche unsere Couch-Bezüge gewechselt. Also wir haben eine Fetzer-Couch, das ist so, also echt, kann ich sehr empfehlen, das ist jetzt keine Werbung, aber keine Fetzer-Couch. Also wenn ihr so chillig und niedrig sitzen wollt, dann ist die Fetzer echt ein chillige Couch, aber manche mögen eher so Couch auch, wo man so eher sitzt, dann ist die halt nicht so perfekt. Doch, es gibt viele verschiedene Module. Nee, aber dieses Tiefe, dieses Niedrige. Ach so. Ja, auf jeden Fall, das ist so eine Couch, wo man halt die Bezüge wechseln kann, ähm, was halt mega praktisch ist, wenn man Tiere oder Kinder hat. Und wir haben jetzt, wir machen das so jedes halbe Jahr, tun wir die ganzen Bezüge wechseln. Und ich habe einmal so einen hellen Bezug und einmal so einen braunen. Kann man einfach in die Waschmaschine schmeißen. Genau, kann man einfach abziehen und dann in die Waschmaschine. Und das haben wir diese Woche gemacht. Und ich habe schon, äh, ich wusste schon, dass Julie gar keinen Bock hat darauf. Ich habe ihn nicht mal gefragt oder, keine Ahnung, ich habe einfach nur zu ihm gesagt, ich habe vor, die, die Sofa-Bezüge zu wechseln. In übersetzt, übersetzt, du auch helfen. Nee, tatsächlich nicht. Echt? Ah, okay. Weil wenn ich sage, also wenn ich weiß, die Person hat gar keinen Bock drauf, dann will ich auch nicht, dass die dann mithilft und dann schlecht drauf mithilft. Okay. Weil ich bin dem dann so, ich habe das auch alleine, es ist für mich gar kein Problem, kümmere dich einfach nur um die Kinder in diesem Zeitraum. Ja, auf jeden Fall hat er, äh, habe ich dann schon angefangen und so. Und dann kam er irgendwann, voll verschlafen, wollte sich eigentlich auf die Couch legen, hat sich schon abgekotzt, weil die Bezüge schon, also die Couch schon so durcheinander war. Und dann hat er, weil er bei sowas immer ein schlechtes Gewissen hat und er so ein hilfsbereites Herz hat, hat er natürlich direkt angepackt und mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, du kannst gerne die Couch auseinanderbauen, aber die Bezüge wechsle ich. Und ich habe das aus einem bestimmten Grund gesagt, weil diese Fettsackbezüge, es gibt so eine besondere Technik, wie man die halt rein und raus macht. Ohne sie zu beschädigen. Und es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel die Füße abmacht und so. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, bitte mach nur die Couch auseinander, ich mache die Bezüge. Was macht er? Er macht die Couch auseinander und macht dann die Bezüge direkt im Anschluss. Und das hat mich schon aufgeregt, aber ich wollte nichts sagen, weil ich dachte so, okay, jetzt will er halt helfen. Im Nachhinein sagt er, oh, die Bezüge sind kaputt gegangen. Oh. Und ich dachte so, ja. Vor allem, ich muss mich dann immer zusammenreißen, weil ich habe schon so vorausgesehen. Ja. Weil er hat quasi die Bezüge einfach rausgerissen, aber du musst die hier so umklappen und dann kann man sie richtig soft rausziehen. Also die Leute kennen jetzt nichts damit anfangen, dass ich das jetzt gerade erkläre, aber für alle, die die Bezüge haben, die wissen Bescheid. Auf jeden Fall hat er sich einfach so aus dieser Schiene quasi rausgerissen und dann ist es abgerissen. Oh, fuck. Und so ein Bezüge ist voll teuer. Und das hat er, ja, und das hat er aber erst später gemerkt, das hat er, er hat schon drei Bezüge kaputt gemacht. Oh, scheiße. Und ich war so, ähm, ja, also deswegen habe ich gesagt, ich mache die Bezüge. Und er war so, ja, sorry, ich wollte dir doch noch helfen. Und ich habe gesagt, ja, aber es hat, einen bestimmten Grund, warum, warum ich bin richtig ausgerastet, weil ich mir dachte, Junge, du hattest eine, du hattest eine bestimmte Aufgabe. Du hattest ein Befehl und folge nur diesem Befehl. er hat seine, seine Aufgabe verkackt. Ich habe gesagt, mach nur die Couch auseinander, also quasi die Module einfach auseinanderstecken. That's your job. Die Bezüge wollte ich machen. Aber klar, ich hätte auch schon früher was sagen können, aber ich dachte mir halt, ja, der will das jetzt halt auch, will einfach nur helfen. Aber ich habe mich dann so drüber aufgeregt. Ich mir dachte so, yo, jetzt sind drei Bezüge kaputt. Und ich muss sagen, es ist schon sehr ärgerlich, weil so ein Bezug kostet Schweine viel Geld. So ein Bezug kostet 500 Euro. So teuer? Ah, nee, ich glaube 250 oder so. Die Large und dann, aber trotzdem krass. Also das ganze, weil das ganze Modul kostet 500 Euro. Ja, genau. Die Bezüge kosten aber die Hälfte, also schon viel. Echt? Ja. Die Hälfte ist nur Bezug? Krass. Und deswegen habe ich mich richtig geärgert, weil ich mir dachte, scheiße ey, jetzt haben wir eigentlich 1000 Euro kaputt gemacht. Oh ja, das ist ärgerlich, ja, da wäre ich auch ausgerastet. Aber vor allem, ich war noch in dieser euphorischen Stimme, weil ich habe gesagt, kein Problem, man kann sie ja wieder bei Fertsack bestellen, das kannst du dann schön für mich machen. Und er geht auf die Seite und dachte so, nein, mache ich nicht. Ja. Aber darüber muss ich sagen, habe ich mich geärgert, weil ich mir dachte so, kennt ihr das so, ihr wisst schon, es wird schief gehen. Also man sieht schon sowas voraus und bereut, dann im Nachhinein, dass man es nicht vorher gesagt hat. Ja, aber vor allem ist es also so meinen ganzen Alltag bestimmtes. Also, wie soll ich es sagen, ich denke auch schon so im Voraus, also so zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, also eine Kleinigkeit, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und ich lege Lorena schlafen und ich weiß zum Beispiel im Flur, es ist dunkel und da liegt aber was so in der Mitte, wo Leo auf jeden Fall nicht sieht, wo er drüber stolpert, genau, dann denke ich schon so, oh, ich muss das noch wegmachen, weil ich weiß ganz genau, Leo wird da drüber stolpern und weil er das nicht sieht. Ja. Also es kann auch so eine Riesenkiste sein, sieht er nicht nachts als blind, ohne Brille, kann er knicken. Weißt du, dann stehe ich noch sogar noch extra auf und mache das noch weg. oder auch vor allem, wenn wir dann so weg sind, wenn wir irgendwo nach Berlin oder so gehen, dann bereite ich schon alles vor, also so, ich bereite schon Lorenas Klamotten für den Kindergarten vor, aber lege es sogar so in der Reihenfolge, dass er nichts falsch macht, er muss nicht nachdenken, er muss einfach nur nehmen, anziehen, nehmen, anziehen, weißt du, dass er weiß, er muss zuerst den Body anziehen, danach, und dann der Pulli und dann die Hose. Er muss nicht mehr viel nachdenken, einfach nur nehmen, weißt du? Ja. Traurig, oder? Ja. Aber das ist Story of our Lives, unsere Kirsche auf der Sahnetorte. Und zwar haben wir zwei Fragen. Die erste Frage, Job als Influencer, wie wird man es und wie verdient man Geld und so weiter? Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, aber wir können ja gerne mal die Short-Version machen. Also ich glaube, als Influencer, also klar, man braucht natürlich Social-Media-Account, also ob jetzt TikTok, Instagram oder Facebook, keine Ahnung, braucht man, also das ist Voraussetzung dafür, aber nur wenn man jetzt Postings hochlädt oder Stories, ist man ja noch lang kein Influencer in dem Sinne, sondern ich glaube, was die Leute interessiert, ist auch so, wie generiert man Reichweite und so weiter. Also das ist, muss ich sagen, ist sehr schwierig. Ich glaube, da spielt einfach super viel Glück dabei. Ist das richtig? Es gibt auch verschiedene Arten, wie man Influencer wird. Also es gibt einmal die, die über das Fernsehen kommen, also zum Beispiel die ganzen Reality-Formate, die Germany's Sex-Topmodel zum Beispiel oder die anderen Are You The One und was es auch immer da gibt. Genau, ich glaube, heutzutage nutzen viele tatsächlich die TV-Sendungen als Sprungbrett oder als Sprungbrett zum Influencer, sag ich jetzt mal. Und ein großer Punkt ist auch noch TikTok. Also gerade durch Corona sind sehr viele Influencer geworden, weil sie viral gegangen sind durch irgendein Video. Und dadurch haben sie Reichweite generiert und haben dann eine Community aufgebaut und so weiter und so fort. Weil bei TikTok ist das Besondere, nur weil du viele Follower hast, heißt das nicht, dass du eine Community hast. Eine Community hast du erst, wenn die Leute, die wirklich auch folgen und die sich dafür interessieren, was du machst und so weiter und so fort. Irgendwo, also wo man halt einfach so eine Bindung hat zu den Zuschauern. Bei YouTube ist es super schwierig. Also früher ist man durch YouTube auch groß geworden über viral. Also wenn ein Video irgendwie viral geworden gegangen ist. Oh mein Gott. Und ich glaube, früher war es auch leichter als heutzutage. Genau, früher hat man auch viel Reichweite über andere große YouTuber generiert. Also man hat dann quasi Kooperationen gemacht oder sonst was. Also heute, muss ich sagen, könnte ich keinem YouTuber Tipps geben, wie er auf YouTube wächst, weil wir wachsen auch nicht und wir, klar, wir machen auch nichts dafür, um zu wachsen, muss man auch dazu sagen, weil viele machen ja dann auch diese YouTube Shorts und so weiter. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um auf YouTube ein bisschen größer zu werden, weil die Shorts werden, also gehen noch viral. Tatsächlich bestimmen das auch oft, die Social-Media-Plattformen selber. Also zum Beispiel bei YouTube, dadurch, dass die Shorts zum Beispiel mehr Featuren neu rausgebracht haben oder das neueste Feature ist, Featuren die das eher als jetzt normale YouTube-Videos oder bei Instagram, was eine Zeit lang so als Reels ganz neu waren, haben die halt eher Reels an die Leute ausgespielt. Also so unsere Foto-Beiträge hat damals keiner mehr gesehen, weil nur noch Reels gezeigt wurden und bei Reels ist es auch so, dass man da irgendwo seine Nische finden muss. Ich glaube, das ist auch so der ausschlaggebende Punkt. Viele werden groß heutzutage, weil sie bekannt dafür sind, dass sie das immer machen. Also zum Beispiel, es gibt eine Influencerin, die macht nur Outfit-Style-Videos vor dem gleichen Background oder es gibt eine Influencerin, die nur so High-Quality Lauf-Outfit-Videos macht oder es gibt jemand, der, keine Ahnung, nur Koch-Videos macht oder eine bestimmte Nische einfach erfüllt und so ist dann auch die Community. also, keine Ahnung, ich würde sagen, unsere unsere Nische, beziehungsweise wir haben keine Nische, aber bei uns ist es einfach so, dass die meisten uns wahrscheinlich folgen, weil sie uns einfach schon lange folgen von damaligen Zeiten und weil sie uns aufgrund unserer Personality, ich glaube, wir sind Personality Influencer, nicht unbedingt, weil wir irgendwie gut aussehen oder besonders uns schminken oder besonders uns anziehen, sondern einfach so aus Unterhaltungsgründen oder weil sie uns halt einfach schon immer folgen und somit auch irgendwo ist es, wir sind einfach so ein bekanntes Gesicht für viele. Wir sind schon Familie. Wir sind schon Familie. Genau, wir gehören schon zur Familie und genau, aber so wird man Influencer heutzutage und wie verdient man Geld? Das meiste Geld verdient man über Kooperationen tatsächlich, also viele denken ja, man kriegt pro Klick oder pro Like oder pro Kommentar bezahlt, das stimmt nicht, also das ist ein Irrglaube. Ich finde es aber krass, dass der heutzutage immer noch geglaubt wird. Genau, also auf YouTube stimmt das ja, aber also man wird pro Klick bezahlt, aber auch nur, wenn halt Werbung auf diesen Videos geschaltet wird. nicht einfach nur von YouTube von sich selbst aus und man muss auch erst YouTube Partner werden, um überhaupt bezahlt und monetarisiert zu werden. Also nicht jeder kann einfach ein YouTube Video hochladen und dann automatisch damit Geld verdienen. Genau, muss ich erst mal als Partner quasi bewerben und dann muss man ach, das ist schon eine größere Aktie jetzt mal dahinter. Und und es ist auch nie gleich, also das, was man quasi jeden Monat bekommt, ist immer unterschiedlich. Ja. Also es gibt nie so einen gleichen Wert, also so eine sichere Einnahmequelle. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, dass man jeden Monat immer mit dem gleichen Gehalt rechnet. Ja, also man verdient aber auf jeden Fall nicht viel. Also muss man schon sagen über YouTube. das ist also keine Ahnung, ein paar 0,03 Cent pro Klick. Also es ist wirklich so echt nicht viel. Also viele denken ja, Es wird nur viel, wenn man halt mehr Klicks hat. Genau, und mehr Uploaden. Also eigentlich bei jeder Plattform, kann ich glaube ich in dieser Stelle auch sagen, das Geheimnis bei jeder Plattform ist Regelmäßigkeit. Also je regelmäßiger man Uploadet, desto besser natürlich. Also besser für die Reichweite klappt sehr gut. Es ist für die Reichweite gut, für den Account generell, um die Community aufzubauen und so weiter und so fort. Ich glaube, deswegen haben auch voll viele so regelmäßige Uploadzeiten auch auf Instagram. Also so jeden, also manche haben ja zum Beispiel, jeden Tag kommt um 20 Uhr ein Bild oder ein Reel oder irgendwas. Genau. Oder jeden Tag kommt eine Story online, außer an dem Tag. Ja. Ich weiß nur, dass wir zum Beispiel für Facebook-Videos werden monetarisiert, da kriegt man auch Geld pro View oder pro Tausender Kontakte ist es meistens, also pro tausend Views und auch bei TikTok verdient man Geld durch die Views. Ja, genau. Aber nicht durch und auch da, da muss man erst mal beim Creator Fund angenommen werden und es ist auch ein größerer Aufwand, sage ich jetzt mal dahinter, aber und es ist da, beim TikTok ist es auch wieder, es ist jetzt, wenn man verdient jetzt auch nicht, das ist auch so, dass man da so ein paar Cent pro View. Also man wird jetzt kein Millionär davon. Und vor allem bei TikTok ist es noch schlimmer, du bist so abhängig davon, viral zu gehen, dass du auch mal wirklich was verdienst durch ein Video, weil so die meisten kriegen ja nicht so viele Views, weil sie so und so viele Abonnenten haben. Zum Beispiel, es gibt auch so viele TikToker, die haben 10 Millionen Abonnenten, die haben teilweise nur in Anführungszeichen 200.000 Views auf ihre TikToks und man denkt sich dann oft so, hä, wo sind die 10 Millionen Leute? Ja. Aber deswegen, bei TikTok ist es, würde ich sagen, noch ein bisschen schwierig mit der Zuschauer, Zuschauerbindung. Ich würde sagen, auf Instagram klappt es schon besser, noch besser klappt es auf YouTube. Also da ist die Zuschauerbindung schon krasser. Oder vielleicht denken wir das auch nur, wie wir von YouTube kommen, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die Zuschauerbindung bei YouTube viel intensiver ist, weil du explizit nach dem Inhalt suchen musst, als jetzt bei Instagram, wo du einfach reingehst und du wirst, du nimmst einfach das an, was gerade kommt so. Das stimmt. Also auf YouTube muss es auch creatorabhängig. Ja, kann auch sein. Dass viele Creator halt einfach, egal auf welcher Plattform, einfach individuell eine Zuschauerbindung aufgebaut haben, weil sie zum Beispiel in die Kamera sprechen und die Leute direkt ansprechen und so. Ich glaube, sowas hat auch sehr viel Einfluss, als wenn man zum Beispiel so ein Influencer ist, der gar nicht spricht. Ja, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall. Haben wir damit schon alles beantwortet? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also das meiste Geld verdient man als Influencer durch die Kooperation mit Marken. Ja. Ja. Die zweite Frage, Job, Familie, Beziehung unter einen Hut bekommen. Wie schafft ihr das? Da habe ich eine Nachricht von einer Followerin. Und zwar, ich bin 28, bin das erste Mal Mama geworden. Mein Kleiner ist eine Woche nach Kaya auf die Welt gekommen und natürlich vergleicht man unbewusst automatisch sich miteinander. Erstmal schläft er nur mit Kontaktnapping im Bett oder in der Trage selten mal im Kinderwagen. Das heißt, ich bin wirklich 24-7 mit ihm. Der ganze Haushalt, das Kochen, Babybetreuung wächst mir irgendwie über den Kopf. Ich habe das Gefühl, jeder bekommt alles hin. Bei jedem läuft der Haushalt, steht das Essen, läuft die Beziehung plus die sozialen Kontakte nur bei mir nicht. Mein Leben spielt sich nur noch zu Hause ab, weil ich versuche irgendwie allem gerecht zu werden, aber ich fühle mich dabei wie ein Trottel, der nichts hinbekommt. Wie macht ihr das? Habt ihr Haushaltshilfen? Wie und wo lasst ihr die Kinder? Mein Mann arbeitet halt auch 40 Stunden und ist dementsprechend auch viel beschäftigt. Liebe Grüße, PS, ich folge euch wirklich seit Tag 1 und wir sind quasi gemeinsam erwachsen geworden. Danke. Ich muss sagen, da haben wir echt einige Follower, die wirklich mit uns schon aufgewachsen sind, was ich sehr, sehr schön finde. Zu der Frage, wie kriegt man alles unter einem Hut? Also wir bekommen das alles auch nur hin durch Unterstützung. Also das alleine hinzubekommen mit Kindern, Job, alles drum und dran, vergiss es. Und wenn man es selber hinbekommt, dann muss man Abstriche machen. Also wenn du, sag ich jetzt mal, dich nur um dein Kind kümmerst, dann steht halt der Haushalt an letzter Stelle. Sorry, Haushalt ist so unwichtig, finde ich, in diesem Zusammenhang mit Kind, weil ich mir denke, das Kind juckt es nicht, ob es sauber ist. Also klar, das juckt dich selber vielleicht, das ist etwas, was dir wichtig ist, aber wenn es dir persönlich wichtig ist, dann such dir Unterstützung. Ja, aber ich glaube zum Haushalt dazu, was ich noch dazu sagen muss, aber gehört halt auch Wäsche. Und Geschirr oder halt auch diese Babyflaschen sauber machen. Ach so. Für mich zählt das jetzt zum Kind. Zum Kind. Ja, weil jetzt, sage ich mal, mir ist, wenn ich jetzt zum Beispiel gar keine Zeit habe, um sie zu saugen oder den Boden zu wischen, ja, dann ist es halt so. Also weißt du, ich meine, dann muss man das auch irgendwo akzeptieren, dann steht es an letzter Stelle, weil wichtiger ist, dass das Kind versorgt ist in dem Moment. Und also, aber klar, natürlich kann man, und wenn einem es wichtig ist, dass es alles andere halt auch tipi-topi ist, dann muss man irgendwo Abstriche machen. Und ich finde, also klar, man muss natürlich auch priorisieren in dem Moment. Und bei einem Baby ist, also muss man zwangs, also muss man, ist man ja auch irgendwo gezwungen, also das Kind zu priorisieren, weil das hat seine Bedürfnisse. Und man möchte, dass das Kind halt, dass es ihm oder ihr gut geht. Und man muss es halt wickeln, füttern und alles, was man drumherum machen muss, mit die Wäsche waschen von dem Kleinen oder, weißt du, was ich meine? Also das gehört, finde ich, für mich gehört das alles zum Babyversorgen. Okay. Also und alles andere, zum Beispiel, keine Ahnung, selber duschen oder, weiß ich nicht, das ist dann so, finde ich, zweitrangig, weil ich habe auch mal so ein Reel gesehen, da hat die Oma gesagt, weil die Oma ist irgendwie zu ihrer Tochter, also nee, die Mutter der Mutter, also ja, die Oma ist auf jeden Fall zu der Tochter gegangen und hat sie besucht und hat gemerkt, wie gestresst sie ist, weil sie nicht alles unter einem Hut bekommt. Und dann hat sie am Ende gesagt, denk immer dran, das Kind wird sich nie daran erinnern, dass das Haus früher sauber war. Es wird sich nur daran erinnern, dass es viel Liebe bekommen hat und da dachte ich, voll schön. Ja, stimmt. Das ist voll die schöne Aussage, wo man sich im Kopf behalten kann. Ja. Und klar, ich verstehe es aber selber, wenn man irgendwo auch deprimiert dann zu Hause ist, wenn man zum Beispiel keine sozialen Kontakte mehr hat. Aber ich finde, das hat alles seine Lösung, weil die Freunde können ja auch zu einem nach Hause kommen. Also ich finde, man muss ja nicht alleine zu Hause chillen. Du kannst doch deine Freunde zu dir nach Hause einladen, dann kann man irgendwie gemeinsam was machen oder die Freunde gucken mal nach dem Kind, macht dem Kind oder man gibt dem Kind mal die Oma ab oder wie auch immer. Das ist alles natürlich auch kindabhängig. Genau, ich finde, das ist alles kindabhängig und auch so Einstellungssache. Ich glaube, manche denken, sie machen es sich einfacher, dass sie nur zu Hause bleiben mit dem Kind. Aber es ist tatsächlich auch was Schönes, wenn man einfach rausgehen kann mit dem Kind und einen Kaffee trinken kann mit seinen Freunden und dann schreit das Kind mal vielleicht kurz und dann sagt man, okay, ich muss das Ganze abbrechen und fahre dann nach Hause. Ich finde es aber, also ich würde, es nie abbrechen, also diesen sozialen Kontakten, weil am Ende sind es eigentlich die, die dem Kind auch gut tun. Diese fremden sozialen Kontakte als die ganze Zeit nur zu Hause zu bleiben und ja, zu Hause zu sein. Ja, weil viele denken halt, oh Gott, wenn ich jetzt mit dem Kind rausgehe und es schreit in der Öffentlichkeit, was denken die anderen? Aber das muss man einfach komplett ausblenden, weil ganz ehrlich, die anderen, also die meisten Leute haben Verständnis dafür, dass das Kind mal schreit. Also ich habe das noch nie, beziehungsweise ganz, ganz selten erlebt, dass jemand mich irgendwie blöd angeguckt hat, weil Kaya in der Öffentlichkeit geschrien hat oder Lorena in der Öffentlichkeit geschrien hat, dass die Leute, die meisten Leute haben dafür Verständnis und dann ist es auch okay, dass man rausgeht oder doch sagt, oh, ich glaube, ich muss doch irgendwie nach Hause, sie lässt sich nicht beruhigen, wie auch immer. Dann geht man halt nach Hause, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es auch nicht, da sollte man einfach irgendwo auch die anderen Leute ausblenden. Genau, einfach nicht so viele Gedanken machen, einfach generell auch sich gar nicht so viele Gedanken machen und einfach, wenn ihr jetzt Lust habt, einfach rauszugehen und einen Kaffee zu trinken mit Kind, dann macht das einfach. Go with the flow und nicht so viele Gedanken machen. Ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Weil manchmal überrascht es einen doch. Also manchmal ist es wirklich so, also bei Lorena gab es auch mal solche Phasen, wo wir Kaffee trinken gegangen sind, das war voll stressig, aber es gab mal Phasen, wo sie dann auch nur geschlafen hat, wo es voll entspannt war. Oder sie auch wach war und entspannt war. Ja, genau. Sie auch wach war und entspannt war. Also es gibt mal so, mal so. Und genau, und wegen dem Tragebaby, Lori war ja auch ein krasses Tragebaby, also ich konnte sie auch gar nicht ablegen. Aber ich habe einfach die Tragezeiten eigentlich genutzt, um dann den Haushalt zu machen. Also wenn es einem wichtig ist, den Haushalt zu machen, ich kann es schon nachvollziehen, weil ich kann einfach nicht, also ich selber kann nicht entspannen, wenn es bei uns unordentlich ist. Wenn ich weiß, oh, da liegt alles rum und ich kann das einfach nicht. Ich so, ich kann das auch nicht ausblenden. Und ich habe dann immer diese Tragezeiten eigentlich genutzt, um sauber zu machen. Sie war auch meistens wach, wenn sie in der Trage war und ist dann irgendwann beim Staubsaugen irgendwann eingeschlafen. Dann habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also eigentlich, ähm, ja. Ich glaube, da muss man für sich selber einfach so die Prioritäten vielleicht auch setzen. Ja, war es einem wichtig. Ja, genau. Also, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, also ich habe das jetzt, also die Anfangszeit, also ich habe immer gesagt, so die Anfangszeit, diese Tragezeit, äh, die fand ich eigentlich, äh, immer am entspanntesten, weil sie dann einfach in der Trage war. Also, wir hatten es auch letztens davon, äh, Lori, also diese Anfangszeit mit Lori, die war so, ähm, also man hatte Lori nicht so oft gesehen, beziehungsweise ihr hattet sie gar nicht auf dem Arm, weil sie einfach die ganze Zeit in der Trage war. Die war 24-7 in der Trage. Mhm. Bei allen Fotos. War nicht so präsent. Nee, bei allen Fotos, äh, Gruppenbilder, alles, sie war in der Trage. Ja. Das war, die hat da, aber ich wusste halt, das war da ihr Safe Space, sie hat da geschlafen, sie mag ja so generell auch keinen, Fremdenkontakt. Ähm, da ist sie ein bisschen eigen, aber in der Trage, das war immer so ihr Safe Space. Ich wusste, da geht es ihr gut und mir hat es nichts ausgemacht, ihr hat es nichts ausgemacht. Ja. Und, ähm, ja, das war dann für mich, sag ich mal, eigentlich echt eine gute Hilfe. Und, äh, während ich sie getragen habe, habe ich halt den ganzen Haushalt gemacht und habe gekocht und, ja, und so weiter. Ja. Ja. Und, was ich auch gut finde, ist, dass man sich eine Haushaltshilfe holt, also, wenn man das zum Beispiel nicht selber schafft oder, äh, man damit überfordert ist und selber voll gestresst ist, dann holt euch doch lieber eine Haushaltshilfe, Ähm, die quasi, ich weiß nicht, ich weiß nicht, drei Stunden die Woche irgendwie das komplette Haus mal sauber macht, ähm, keine Ahnung, alles durchwischt, durchsaugt, abstaubt, einfach so diese Grundreinigung macht, ähm, weil ich würde sagen, dass es so am zeitintensivsten, Ja, und vor allem halt auch, ähm, oder mal die Wäsche macht, komplett die Wäsche macht, also einfach sowas, weil ich glaube, das ist, äh, nimmt einem schon so viel ab und dann sind, also sowas ist einem, also man macht ja in dem Moment was eigentlich für sich, also das ist, Zeit ist wertvoll, und Stress, äh, nimmt man sich ja dadurch auch. Genau. Deswegen, ich finde sowas, ähm, auch nicht verwerflich, wenn man eine Haushaltshilfe hat. Nee, also tatsächlich, ähm, also ich habe jetzt seit, Juni? Oder? Juni dieses Jahr? Mhm. Ja. Seit, äh, Juni dieses Jahr eine Haushaltshilfe und sie ist echt eine sehr, sehr große Hilfe und seit September, ähm, ist sie quasi bei mir Teilzeit eingestellt, also sie kümmert sich dann auch um die Betreuung für Lorena. Ähm, also seit Juni hat sie quasi, ist sie einmal die Woche einfach gekommen, hat das ganze Haus geputzt, was richtig Jackpot war, also eigentlich ging es mir auch hauptsächlich daran, dieses, ähm, das ganze Haus durchwischen, die Bäder putzen, also diesen, diese Grundreinigung, das war mir wichtig und, äh, ich musste auch erstmal klarkommen damit, weil ich immer gedacht habe, so, boah, das Haushalt, das schaffe ich doch, selber, aber, seitdem sie mir beim Haushalt hilft, Haushalt hilft, ähm, weiß ich, diese freie Zeit mehr zu schätzen und, äh, versuche dann halt auch andere Dinge dann zu erledigen, die ich dann eher gemacht hätte, als zu putzen. Aber ich habe immer putzen priorisiert, bevor ich überhaupt arbeite, die wichtigeren Dinge eigentlich im Machen, ja, genau, also weil, so, ich habe lieber, in deinem Fall, in deinem Fall ist es ja so, dass du die Unterstützung brauchst, damit du arbeiten kannst, also, ich meine, das ist ja bei, bei jedem anderen auch, also die meisten, die, weil sie halt einfach Vollzeit irgendwo arbeiten müssen, ist das Kind irgendwo in der Betreuung, das ist ja ganz normal, in deinem Fall ist es ja eigentlich auch so. Ja, genau. Wenn du jetzt als Mutter zum Beispiel alleine zu Hause bist, nicht arbeitest, weil du in Elternzeit bist, dann finde ich es trotzdem, also, trotzdem gut, eine Haushaltshilfe zu holen, wenn man damit einfach nicht, äh, klarkommt, also ohne, dass man sich irgendwie schlecht dabei fühlt. Ja. Nee, aber ich wollte, ich kann aber auch verstehen, wenn, wenn man halt so eine große Hürde hat, ähm, das zu holen, das zu holen, weil für mich war es auch eine große Hürde. Also, also so, keine Ahnung. Wenn man denkt, ich kriege das alles alleine hin. Genau. Ja. Nee, aber in diesem Sinne, ja, es war schon echt, äh, wert, also es war schon wertvoll. Ja. Ähm, in diesem Sinne, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Ja. Ähm, haben wieder ein bisschen viel gelabert. Ich hoffe, wir haben euch nicht, äh, zu krass vollgeschextet. Ich habe es das Gefühl. Wir haben es jetzt wieder gut gemacht, weißt du, weil wir nicht, ähm, Montag hochgeladen haben. Wir haben es jetzt wieder gut gemacht. Nee, jetzt kriegen wir bestimmt so Nachrichten, äh, es geht zu lang. Ihr könnt gar kein Deutsch. Heils Maul. Lernt mal eure Dramatik richtig. Äh, ihr könnt gar nicht euch artikulieren. Ja. Weil ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss, ich muss dabei echt dran arbeiten. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich unsere Podcasts höre, denke ich so, werdet ihr das? Ja, was ist das? Wir haben wieder zu viel gelabert, deswegen, ähm, reden wir nicht mehr, nicht mehr um den heißen Brei. Wir sagen jetzt Tschüss. Ciao, Kakao.